Hi Leute, heute geht es mal ums Thema Ich denke, also bin ich nicht. Und zwar, ja, ich denke dieser Spruch, ich denke also bin ich, ist sehr irreführend und falsch verstanden oft. Und ich denke gerade in den Momenten, wo man nicht denkt, sondern einfach im Sein ist. Da ist man. Und ihr merkt zum Beispiel auch, die Pausen zwischen den Wörtern sind genauso wichtig wie die Wörter. Das hat Eckartolle auch mal gesagt. Aber das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Eine Musik entsteht nur durch die Pause zwischen den einzelnen Tönen. Es ist beides genauso wichtig. Aktiv wie passiv. Der Ton wie die steht dazwischen. Dadurch entsteht nur die Melodie. Und wenn das Denken mal still ist und man einfach nur im Sein ist, dann lebt man wirklich. Und ist auch erfüllt in dem Moment. Überleg mal meistens bei den glücklichsten Momenten deines Lebens oder so oder wenn du wirklich entspannt bist und gut drauf bist, in was für Momenten es ist. Ist das in Momenten, wo du viel nachgedacht hast? Oder einfach ein Moment, was weiß ich, wo du verliebt bist? Oder wenn du irgendwie Sport machst, gerade gar nichts denkst, einfach intuitiv irgendwie handelst und dich bewegst? Einfach nur, was weiß ich, ein bisschen auf dem Trampolin springst oder so, denkst du danach? Meistens ist es ja genau, wenn du im Moment bist, dass du dann das Leben genießt und wieder auf die Pausen zwischen den Wörtern zurückzukommen. Wenn man zum Beispiel Fill-Wörter benutzt, wie M dazwischen, dann hört man immer nur auf die Wörter und dann kann man gar nichts verinnerlich. Die Stille zwischen den Wörtern, das ist das, wo es Klick macht. In deinem Kopf, bei deinen Gefühlen, überall. Und heutzutage ist die Gesellschaft eben so darauf getrimmt, dass sie nur noch aktiv versteht. Nur noch das Machen, dieses männliche, männlichen Pol. Und das Weibliche wird ja in unserer Gesellschaft rigoros runtergemacht meistens. Und deswegen wird auch, die Pausen werden gar nicht mehr verstanden, so warum ausruhen. Wenn man nichts macht, dann schafft man ja nichts. Und wenn man in die falsche Richtung rennt, dann ist es egal, wie weit man kommt. Die Pausen und das Nichtsmachen ist auch wichtig. Wenn man handelt, dann sollte man überlegt handeln. Wenn man eben in die falsche Richtung rennt, dann ist es egal, wie weit man kommt. Wenn du auf einem Schiff bist und es kurz vorm Untergehen und wenn die Leute einfach in Panik geraten und hin und her wackeln, dann geht das Schiff einfach noch schneller unter. Wenn da einer dabei ist, der Ruhe bewahren kann und die Leute beruhigen kann, geht das Schiff erstmal langsamer unter und dann kann man am Plan machen. Dann schafft man es vielleicht doch noch irgendwie ins Rettungsboot oder was auch immer. Das Passive ist auch wichtig. Genauso wichtig wie das Aktive. Aber das Passive zu überbetonen, das ist unserer heutigen Gesellschaft eigentlich gar nicht möglich. Weil gerade in Deutschland ist es ja alles immer nur aktiv machen. Und das Männliche ist so überbetont, da könnte man sich erstmal zwei Jahre nur eine Pause nehmen und es wäre immer noch kein angebrachter Ausgleich dafür. Aber das eigentliche Thema war ja, den Moment zu genießen und eben das Nichtdenken auch mal zulassen. Und in der Zeit tankt man eben Kraft in den Pausen, wo man mal nicht denkt. Meistens ist es auch so, wenn meine Natur draußen ist. Wie ich hier zum Beispiel jetzt gerade. Da bist du völlig glücklich, auch wenn du mal nichts denkst. Du kannst einfach zwei Stunden in der Wiese liegen, hörst die Vögel zwitschern und... Und du bist danach so erholt und entspannt und einfach glücklich. Dabei hast du nichts gemacht. Nichts. Und dieses Nichts hat dich so glücklich gemacht. Dieses Nichts, wo man auch nicht denkt und einfach nur ist. Alleine das Grüne ist schon so genial von der Wiese hier. Ja, Frühling ist schon eine schöne Zeit. So wie jede Jahreszeit. Und das ist auch genau das. Nichts zu verurteilen. Das ist so ein anderer Punkt. Sondern alles ist schön. Das Gute wie das Schlechte. Wenn man mal in einen wirklich glücklichen Zustand reinkommt, dann genießt man das Leiden genauso wie das Glück. Du genießt es einfach zu fühlen und zu erleben. Du genießt den Winter wie den Sommer. Da ist nichts Schlechtes dran. Da muss man gar nichts verurteilen dran. Sondern man fühlt es einfach. Man erlebt es. Und genießt alles. Also einfach in die Natur mal rausgehen. Ein bisschen abschalten. Und ein bisschen aufhören. Immer wieder die gleichen Gedanken zu denken. Aus diesem Karussell mal rauskommen. Jeden Tag. Das ist sehr wichtig. Macht's gut Leute. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020